sind sie schon lange hier in paris mit meiner frau damals 1982 hier hingezogen damals habe ich meine farm in der usa aufgegeben wir haben gedacht wir machen uns schönes leben dann sind wir hier hingefahren und jetzt mache ich hier dieses taxi unternehmen sind sie das erste mal hier in paris dann zeige ich ihnen was ist denn mit dem hier passiert ja das ist eine ganz lange geschichte das war mein angestellter aber der wollte preislich was das konnten wir nicht mehr verregeln deswegen habe ich den angekettet oder liegt jemand drunter ich habe ihnen doch gesagt wir haben die sichersten fahrzeuge in ganz paris machen sie sich keinen auch gucken sie nach links gucken sie nach links was ist denn hier los ja die haben sich gestritten vorhin klaus kommst du mal runter jetzt der hoppt da schon seit fünf minuten das ist viel zu lang so schöne frau dann gucken wir mal weiter ich kenne eine gute abkürzung aber es wird jetzt häufig wird aufpassen und der bulle nicht so schnell nicht so schnell nehmen wir müssen erst gehen verträgt der bulle uns der raucht schon gute frau wir haben es noch nicht mehr weiter sind wir da sind wir da oh ich sollte mich aufs zahn konzentrieren hier so eine schöne farm hatte ich damals auch mal jetzt ist sie verkommen ist ja auch neben eine ach der willi steht auch wieder rum hier ja hier wlan können sie jetzt auf ihr handy an machen ja ich bin es nur willi so jetzt zeige ich noch mal ein bisschen was von dem untergrund von paris damit sie auch ein bisschen was sein ich bin ja mit aufpassen jetzt hier zu ihrer rechten es wird ein bisschen kälter ja hoffentlich haben sie sich eine jacke mitgenommen aber keine sorge dauert nicht lange wir sind jetzt hier wie schon wieder draußen wir fahren nämlich jetzt erstmal durch die alte farm hier vom guten alten willi die farm die steht seit 1703 hier über 200 jahre ach ommi und obi sitzen auch noch so gute frau da haben wir was geschafft da schmeiße ich sie raus und wissen sie was weil sie so schön sind kostet die fahrt auch nur ein fünfer für sie oh das ist aber schön so ich park da mal hier ein und oh ja dankeschön kommt noch mal hier hier zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020